Musik Fashion, muss ich wirklich sagen, spielt in meinem Leben eine wichtige Rolle. Es ist sicherlich sehr speziell, wenn man die Freeski-Szene mal betrachtet. Wenn ich mich mit meinen Jungs treffe, man weiß nie, was passiert. Also muss es eigentlich für alles passen. Für einen Gentleman von heute finde ich es wichtig, dass er auch darauf schaut, wie er sich kleidet. Grundsätzlich bin ich tatsächlich eher casual gekleidet, wenn ich nicht ein Event habe. Wenn ich auf einen Galaabend gehe, dann habe ich halt auch meinen Anzug an. Aber es bleibt immer sportlich, nie mit Krawatte. Jeans und T-Shirt, aber manchmal bin ich wie Dress. Stile miteinander kombinieren. Ich genieße das dann auch einfach mal, einfach nur so zu sein. Sometimes you wear really colorful things, you know. And another day you just wear black. Ich bin dann doch eher der schwarz-weiß-blau Typ. Aber natürlich, wenn es zum Bierfest geht, dann drücke ich meine Liederposten. Gell? Ich bin dann doch immer klar. Ich bin dann noch ein Import. Ich bin dann noch ein und werde ich dazu kommen. Ich bin dann noch ein paar Jahre American.